An vielen Stellen sind sichere Passwörter immer noch das A und O und ja, ich weiß, mittlerweile werden tatsächlich manchmal Passwörter sogar von eurem Browser, zum Beispiel Firefox, vorgeschlagen für manche Webseiten, aber manche machen das eben nicht und ja, das große Problem ist, Menschen sind unfassbar schlecht darin, sich gute, sichere Passwörter auszudenken, weil gute, sichere Passwörter aus Zufall bestehen, aus gutem Zufall, möglichst nicht vorhersehbar. Und nein, euer Host hier ist definitiv vorhersehbar, das zählt nicht. Das heißt, wir wollen uns heute ein Skript angucken, was ich vor einer Weile mal geschrieben habe und zwar zum Generieren von sicheren Passwörtern. Das könnt ihr benutzen, wenn ihr privat euch Passwörter für eine Webseite generiert, das könnt ihr aber auch benutzen, um Leuten auf eurer Webseite ein Passwort zu generieren, wenn oder vorzuschlagen, wenn die quasi eins brauchen. Und ja, das möchte ich einmal ganz kurz mit euch teilen. Allerdings eine Sache natürlich noch vorweg angemerkt, ihr werdet trotz diesem Passwort natürlich euch das Ding irgendwo aufschreiben müssen. Und da empfehle ich eigentlich immer einen Passwortmanager. Und ja, dazu habe ich natürlich auch schon Videos gemacht. So, jetzt gehen wir hier erstmal her und zwar wollen wir uns ein sicheres Passwort generieren. Es gibt in Python wahrscheinlich unzählige Bibliotheken, die das tun können, aber es gibt auch eine in der Standardbibliothek und die nennt sich Secrets. Secrets ist eine wunderbare Bibliothek für genau solche Secrets, wie der Name schon sagt. So, und im Endeffekt, was Secrets macht, ist es benutzt den Systemzufall, also Udev Random in den meisten Fällen, beziehungsweise unter Windows ist es glaube ich was anderes. Aber das ist der Input von eurem PC, der wirklich guten Zufall baut und tatsächlich auch auf so Sachen wie Störungen auf dem Netzwerkkabel oder Sachen Rauschen zum Beispiel auf dem Mikrofon oder sowas zurückgreift. Das heißt nichts, was irgendwie wirklich vorhersehbar ist von jemandem, der nicht exakt an diesem Gerät dran sitzt. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. So, jetzt gibt es hier mehrere Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Und zwar, ich will euch das ganz kurz mal zeigen, wir können hier Secrets.Choice nehmen, um irgendwie zufällig etwas zu generieren. Das heißt zum Beispiel Secrets.Choice aus A, B würde uns per zufällig, sorry, das ist noch das falsche Script, ich will natürlich das hier laufen lassen. Secrets.Choice würde uns zufällig B auswählen, wenn ich es nochmal laufen lasse, wählt es uns wieder zufällig B aus und dann wieder zufällig B und jetzt mal zufällig A. Also es ist quasi ein Random Generator, der auch kryptografisch sicher ist. Auf der anderen Seite kann man allerdings sich mit Secrets auch gut irgendwelche Tokens generieren lassen. Und das könnt ihr für irgendwelche App-Sachen benutzen, also zum Beispiel API-Tokens oder sowas, könnt ihr wunderbar hier mit generieren lassen. Das heißt zum Beispiel Token-Bytes könnt ihr generieren, indem ihr hier das Ganze angebt. Jetzt müsst ihr hier angeben, wie viele Bytes ihr da haben wollt, das müsst ihr nicht machen, das kann auch für euch gemacht werden. Das sieht dann ungefähr so aus. Das ist dann wirklich, naja, Bytes eben, wie der Name schon sagt. Allerdings, es gibt auch eine tolle andere Variante und zwar man kann sich hier auch tatsächlich das Ganze URL-Safe definieren lassen. Das heißt Token.url-Safe und ja, jetzt habe ich hier natürlich ein Passwort, nun los, interessant, ein Passwort, das mehr oder weniger URL-Safe ist. Also das heißt, wir haben hier eventuell Bindestriche drin, wenn wir uns das nochmal generieren lassen, haben wir hier einen Bodenstrich drin, aber eben Sachen, die ich auf jeden Fall in meine URL einfügen kann. Das ist ziemlich cool, das eignet sich wunderbar für Tokens, kann ich euch absolut wärmstens empfehlen. Und ja, wundert euch nicht über diese Spezialbuchstaben hier, das ist nur, weil meine Konsole das versucht irgendwie zu interpretieren. So, jetzt ist natürlich immer noch die Frage, wie zur Hölle generiere ich mir eigentlich meine Passwörter? Und das mache ich tatsächlich auch mit Secrets eigentlich, weil Secrets, wie gesagt, auch sehr sicher ist. Ich lasse das einfach mal hier drin stehen. Und zwar, Secrets kann natürlich, wie schon oben gezeigt, auf A, B oder auf die Choice von A, B zugreifen. So, und jetzt könnt ihr das Ganze noch kombinieren, indem wir hier Strings benutzen, also Import, Ups, Import, ja ja, Import String. Und wenn wir hier tatsächlich einfach String, Punkt, und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit auszuwählen, was ihr haben wollt. Also, Lowercase, Zahlen, Letters, Uppercase und ja, dann könnt ihr hier auch so Sachen machen, wie Hexadezimal, Oktal, Oktal heißt das Ganze, natürlich heißt es Oktal. Printable, Punctuation, Punctuation ist Bodenstriche und so weiter. Und ja, Printable ist tatsächlich hier die Variante, die euch am meisten bringt. Das heißt, Sekunde, ich zeige euch mal ganz kurz, wie Printable aussieht. String, Punkt, Printable sieht folgendermaßen aus. Das heißt wirklich alles, was wir hier angeben können, und zwar von 0 bis hin zu diesen ganzen Sonderzeichen und, naja, diesen komischen Zeichen hier auch noch, ja. Problem an der Sache ist, wie gesagt, manche erlauben solche komischen Zeichen hier nicht. Das heißt, was ich normalerweise mache, ist tatsächlich, ich benutze hier String, Punkt, Digits. Ich benutze String, beziehungsweise, lasst uns das mal hier außerhalb generieren. Ähm, Characters, Chars ist gleich. So, und dann haben wir String, Punkt, und dann können wir hier tatsächlich noch, ähm, nicht Lowercase, nicht Uppercase, sondern wir benutzen Letters, benutzen. Und jetzt printen wir uns mal unsere Chars. So, und dann sehen wir, dass da einiges fehlt, was natürlich für uns irgendwie wichtig wäre. Also, es geht wirklich nur bis A und, äh, bis Z. Ähm, allerdings kann man natürlich hier auch noch, wie gesagt, unter Punctuation die Punkte mit reinnehmen, sodass wir eben nicht Newlines etc. haben. Ähm, ja, ich weiß, dass du das nicht möchtest. So, und dann haben wir hier eben solche Sachen wie Newline, Tabulator, sowas fällt dann eben raus. Das heißt, ich würde euch empfehlen, nicht Printable, sondern hier diese drei zu kombinieren, in Chars rein und das dann zu benutzen. Okay, jetzt, wie bekomme ich tatsächlich hier raus jetzt ein Passwort? Ähm, naja, man kann das ja einfach hier benutzen, wie gesagt, über Random, äh, über, nicht Random, sondern über Secrets.Choice. Ich mach das hier mal wieder raus, Secrets.Choice, da könnt ihr das einfach so benutzen und, ja, das bedeutet, wir können hier tatsächlich unsere Punkte nehmen, Punkt Join, äh, beziehungsweise unsere leeren Klammern nehmen, Punkt Join, Secret.Choice für alle Charakter und zwar, ja, jetzt gebt ihr hier an, wie lange euer Buchstabensalat werden soll. So, und wie lange sollte euer Buchstabensalat jetzt hier werden? Wir machen jetzt hier erstmal vor, ähm, vor Bodenstrich in Range 8. Ja, das ist so das, was man haben muss. Das bedeutet, wir haben jetzt hier ein achtzeichenhaltiges Passwort, was uns jedes Mal von unserem Systemzufall neu generiert wird. Und ich mach jetzt mal die hier raus, weil die brauchen wir gerade nicht. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier ein achtzeichenhaltiges Passwort, das wirklich relativ schlecht vorhersagbar ist. Wie sicher ist denn jetzt eigentlich unser Passwort gerade? Und das heißt, wenn wir hier mal Chars ausgeben, dann sehen wir hier, okay, das sind Buchstaben von 0 bis dahinten. Wie lange sind denn die alle? Also Len von Chars. Wie, wie viele Buchstaben haben wir denn? Wir haben 94 Buchstaben. Nach dieser wunderschönen Formel hier kann man sich die Entropie von einem Zeichen berechnen. Ähm, bei 94 Zeichen, ich mach das jetzt weg, ihr müsst das nicht selber rechnen. Wie gesagt, wenn wir diese 94 Zeichen hier benutzen, haben wir eine Entropie. Also wenn wir es wirklich perfekt zufällig nicht vorhersagbar machen, ja, das ist ganz wichtig. Dann haben wir eine Entropie von 6,555 pro Zeichen, okay? Gemäß dem BSI-Standard, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das heißt dem Deutschen Amt für IT Security quasi, sollte man mindestens eine Entropie von 100 Bit besitzen, damit das Ding nicht gebruteforced werden kann, okay? Das bedeutet, ähm, wisst ihr was, das machen wir direkt in Python. Wir wollen 100 Entropie haben und haben 6,555 Entropie, ups, ja, da braucht Python einen Punkt. Wir haben 6,555 Entropie, ähm, in jedem Buchstaben drin. Das bedeutet, wir brauchen insgesamt mindestens 15,25 Buchstaben in einem solchen 94-zeiligen oder 94-zeichigen Passwort. Ähm, das bedeutet wiederum, ähm, da wir nicht abrunden dürfen, weil wir sonst unter die 100 Entropie-Bits fallen, das ist ja eine Minimum-Vorgabe, wir brauchen offensichtlich mindestens 16 Zeichen, das heißt, wir brauchen mindestens 16 hier drin. So, und wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen zukunftsträchtiger machen wollen, können wir das Ganze auch noch ein bisschen verstärken, ähm, zum Vergleich AES, also kryptografisch sichere Verschlüsselung, symmetrisch sichere Verschlüsselung, benutzt 256 Bit, das heißt, wenn wir das hier machen, dann brauchen wir sogar 39,05 Zeichen, das heißt, was wir jetzt hier machen, ist, wir machen uns ein 40 Zeichen Passwort, und zwar in genau dieser Form. Und wenn wir dieses Passwort jetzt hier benutzen, irgendwo natürlich, bitte nicht dieses, sondern das Skript hier benutzen und euch ein eigenes generieren, okay, es steht auf GitHub, benutzt es, ähm, und wenn ihr das jedes Mal neu ausschüttet, bekommt ihr jedes Mal ein neues, sicheres Passwort, und ich glaube, das hier sollte für die allermeisten ein sehr sicheres Passwort sein. Und ja, wenn ihr dann noch zwei Faktor eingebt, ähm, oder zusätzlich benutzt, dann solltet ihr hier definitiv sicher sein, das heißt, bitte gönnt euch Skript und, ja, tut euch was Gutes. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, ich danke euch fürs Dabeisein, fürs Zugucken und so weiter und so fort, und ja, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.